Am nächsten Morgen weiter Richtung Palermo, auf offener Ladefläche. Gegen die Sonne habe ich mir ein Tuch um den Kopf gewickelt, das flattert im Fortwind. Links Hügel, Felsen und Felder, rechts brandet das Meer auf dem Strand. Kleine Inseln in der Ferne, dahinter das Festland, verschwommen im Dunst. Die letzte lange Tour ging von Palermo aus quer über die Insel. Nach ein paar Stunden kam das Meer wieder in Sicht. Wasser bis zum Horizont. 15 Monate bin ich schon unterwegs, habe ich gedacht, aber jetzt stehe ich an der Schwelle. Endlich. Das Meer sieht friedlich aus, wird schon alles gut gehen. Wir sind ja immer nicht die Ersten, die diese Tour machen. Ja, aber wir wären auch nicht die Ersten, die dabei absaufen. Ertrinken ist bestimmt ein beschissener Tod. Wenn man auch Luft schnappt und nur Wasser in den Hals kriegt, kaltes, salziges Wasser. Deshalb können ja viele Fischer nicht schwimmen, das hat mir Willi erzählt. Denn dann muss man sich nicht so queren werden. Das ist was, sagt Achim und stößt mich an. Nicht? Was? Die Palmen links und rechts. Ein richtiger Allee ist das. Mir kommen der Sache näher. Das sieht hier schon aus wie drüben, also wenn man sich mal die Bruchboden wegdenkt. Ja, sage ich. Leider liegt das Meer noch vor. Eigentlich hinter uns. Stimmt, sagt Achim und haut mir auf den Rücken. Noch. Kaum auf der Küstenstraße drückt der Fahrer auf die Tube. Am Strand stehen zwei alte Frauen und gucken uns hinterher. Die Sonne funkelt in den Wellen. Wir da zu, da sagt Joris und beugt sich zu uns rüber. So heißt diese Straße. Das hat der Mann neben mir gesagt. Wir da zu, da denke ich. Die blaue Straße. Na, da gegen Südberlin sieht ziemlich blass aus. Die Stadt in allen Ehren, aber sowas Schönes gibt's da nicht. Auch keine Palmenallee, nur die Pappelallee. Wir fahren runter von der Straße, weg vom Wasser. Der Laster schaukelt hin und her. Na, damit kriegen wir schon einen Vorgeschmack, denke ich. Und halt mich an der Bank fest. Der Weg endet vor einer Scheune. Der Fahrer schiebt das Tor auf. Mehr als zwanzig Männer und ein paar Frauen sitzen oder liegen auf dem Boden. Eine Frau hat einen Säugling auf dem Arm und ein Kind versteckt sich hinter dem Rücken. Ein anderes Kind spielt in der Ecke. Als es dunkel war, habe ich mich draußen auf einen Stein gesetzt und eine geraucht. Die Nacht war sternen und klar. Die Grillen zirrten wie verrückt und in der Ferne rauschte das Meer. Joris kam raus und guckte hoch in den Himmel. Ah, da, ein Flugzeug, siehst du es? Ja. Warum schüttelst du den Kopf? Tja, sag ich. Hier sitzen die unten und gucken rauf und die sitzen oben und gucken runter. Wenn überhaupt. So ist die Welt, sagt Joris. Naja, aber eins sag ich dir. Wenn ich erst bei meinem Kumpel bin und da alles Gute der Spur ist, dann mache ich einen Ausflug nach Berlin. Und auf dem Flug zurück werde ich auch hier runter gucken und denken, meine Herren, Passwahrzeit. Joris lächelt und ich lehne mich mit dem Rücken an die Wand. Das Holz ist warm. Ein leichter Wind kommt auf und bewegt das Gras. Sie kamen in der nächsten Nacht. Zwei Männer mit einem großen Laster. Der Fahrer hat sich ins Tor gestellt und in die Hände geklatscht. Andiamo, Popoli, andiamo. Die Ladefläche ist abgewitzt. Wir setzen uns hin. Die Rucksäcke zwischen den Knien. Es wird eng. Als wir vollzählig sind, macht der andere Mann hinten zu. Es ist dunkel wie im Sack. Der Motor springt an. Wir wenden und schaukeln über den Weg. Kaum auf der Straße schaltet der Fahrer hoch und tritt aufs Gas. Bei jedem Schlagloch werden wir durchgeschüttet. Eines der Kinder fängt an zu heulen. Der Laster bremst ab und fährt runter von der Straße. Wieder schaukeln wir hin und her. Die Mutter redet auf das Kind ein, ohne Erfolg. Wir halten an und der Motor geht aus. Draußen rauscht es. Das ist das Meer, denke ich. Jetzt wird's ernst. Die Klappe fällt nach unten. Zwei stehen auf und schlagen die Plane zurück. Das Rauschen wird lauter. Der Mond scheint auf die Felsen. Es ist frisch und ich krieg Gänser ab. Der erste springt runter. Andere folgen. Die Kinder werden nach unten gereicht. Die Frauen setzen sich auf den Rand und lassen sich fallen. Zwei Männer helfen ihnen. Ich nehme meinen Rucksack und springe und lande im Sand. Über mir funkeln die Sterne. Andiamo, Populi, andiamo. Der Fahrer geht voran und wir folgen ihm. Rechts von uns laufen die Wellen auf den Strand. Dahinter ist es schwarz. Bis zum Horizont. Auf der anderen Seite der Bucht liegt ein Boot, halb auf den Strand gezogen. Daneben steht ein dicker Mann und winkt. Der Fahrer winkt zurück und wir gehen weiter. Der Sand ist feucht und schwer. Was denn, sagt Achim, als wir vor dem Boot stehen? Mit dem Kahn etwa? Das ist doch viel zu klein für die ganzen Leute. Mit dem Ding raus auf See? Das könnt ihr vergessen. Seht ihr das denn nicht? Andiamo, Populi, sagt der Fahrer. Und zusammen mit dem Dicken stemmt er sich gegen das Boot, um es ins Wasser zu schieben. Ja, er sagt Achim und packt ihn am Arm. Nix mit Andiamo hier. Das Boot ist zu klein, zu Piccolo. Viel zu Piccolo. Verpisch? No, sagt der Fahrer, hört auf zu schieben und dreht sich um. Tutu bene, see? Nix mit Tutu bene, sagt einer hinter mir. Er hat eine Regenjacke an, drängelt sich durch die Leute und bleibt neben Achim stehen. Ich sehe das genauso. Das Böding ist zu nüt. Der Fahrer seufzt und schüttelt den Kopf. Er pfeift und ruft Francesco. Pfeift nochmal. Francesco kommt angelaufen. Die Leute machen ihm Platz. Er tuschelt mit dem Fahrer. See, sagt Francesco und dreht sich um zu uns. Ich ein bisschen Deutsch. Was ist Problem? Wie ich schon gesagt habe, sagt der Regenjacke. Und er hier auch. Das geht so nicht. Was sind wir? 40 Mann, dazu noch die Dornen und das kleine Gemüse. Dafür ist das Boot einfach zu nüt. Und mit den Böders kenne ich mich aus. Du, sagt Francesco, dich auskennen? Marinaio, see? Dann du Steuermann. Und Capitano, see? Was? Das wird ja immer schöner, sagt Achim. Erst ist der Kahn zu klein und jetzt heißt das von euch, kommt keiner mit? No. Wir hier und ihr. Francesco zeigt mit dem Arm aufs Meer hinaus und nickt. So läuft das nicht, sagt Achim. Und so kenne ich das auch nicht. Da mache ich nicht mit. So war das nicht abgemacht. So nicht. Dann sagt Francesco und zuckt mit den Schultern. Dann nicht. Der Fahrer und der Dicke stemmen sich wieder gegen das Boot und ein paar Männer helfen ihm. Der Pan kommt frei und sie drehen ihn so, dass die Spitze aufs offene Meer zeigt. Francesco redet mit einem Glatzkopf. Der nickt immer wieder und kratzt sich hinterm Ohr. Die beiden klettern an Bord. Francesco erklärt ihm was am Motor und zeigt mit dem Arm aufs Meer hinaus. Der Glatzkopf nickt. Francesco klopft ihm auf die Schulter und kommt allein zurück. Avanti, Avanti, sagt der Fahrer und rudert mit den Armen, damit wir an Bord gehen. Die Leute um uns herum ziehen sich Schuhe und Strümpfe aus und die ersten warten zum Boot. Achim schüttelt den Kopf. Ach scheiße, sagt er und macht sich die Schnürsenkel auf. Welche Wall haben wir denn groß? Das ist Dreckskerle. Wird schon gut gehen, sage ich und knote meine Schuhe zusammen. Wir klettern an Bord und setzen uns hin. Jetzt, denke ich, und versuche den Ellbogen von Joris aus meinen Rippen zu kriegen, sollte auch dem Letzten klar sein, dass der Kahn zu klein ist. Aber das ändert auch nichts mehr. Als alle sitzen, schieben die drei Männer das Boot ins tiefere Wasser. Der Glatzkopf lässt den Motor runter. Er zieht einmal durch, nochmal, dann dritten Mal springt die Kiste endlich an und knattert vor sich hin. Die drei Männer warten zurück ans Ufer und das Boot nimmt Fahrt auf. Immer schneller klatschen die Wellen an den Rumpf. Vielen Dank. Vielen Dank.